Langjährige Erfahrung in einer soliden Konstruktion. Das ist der Längenkomparator LM300 von Feinmess-Soul. Als Längenkomparator in jedem Kalibrierlabor bildet der Längenmesser LM300 von Feinmess-Soul die wirtschaftliche Basis einer zuverlässigen Kalibrierdienstleistung. Aufgebaut nach dem abeschen Messprinzip garantiert er höchste Präzision. Sein Anwendungsbereich für Messobjekte ist 300 mm und mit einem direkten Messbereich von 100 mm und der zulässigen maximalen Tischlast von 15 kg sind auch größere Prüflinge kein Problem. Dank des umfangreichen Zubehörs kann sofort begonnen werden. Seien es Ausmessungen an Prüfdornen oder Innenmessungen an Leheringen oder Rachenleheren. Wichtig hierbei ist auch der Messtisch mit seinen 5 Freiheitsgraden. Er bietet die Möglichkeit, alle Justieraufgaben feinfühlig durchzuführen. Die Y- und die Z-Achse liefern die Positionsdaten zur Weiterverarbeitung. Viele erforderliche Hilfsmittel zum Befestigen von Messobjekten und Justierelementen werden ebenfalls mitgeliefert. Die gedämpfte Messpinule berührt den Prüfkörper mit der vorab eingestellten Messkraft. Das Messsystem montiert in der Messachse, liefert zuverlässig Messwerte, die von nachfolgenden Softwares weiterverarbeitet werden. Auch Gewindemessungen innen oder außen sind dank des optionalen Zubehörs problemlos machbar. Und das mit einer stufenlos verstellbaren Messkraft von bis zu 12 Newton. Damit werden neben europäischen Normen auch die internationalen Standards erfüllt. Weitere Sonderzubehöre sind Schwimmtische, Schnellspannelemente oder Gewindeprüfsets. Der Anwendungsbereich wird so enorm erweitert und es können die vielfältigsten Messaufgaben gelöst werden. Intelligente Messwertaufbereitung und eine optionale Software, wie zum Beispiel QMSoft, bieten normenkonforme vorgefertigte Prüfprogramme und liefern ein finales Prüfprotokoll, das bei Bedarf individuell angepasst werden kann. Der Längenkomparator LM300 von Fein Messsohl. Aus Leidenschaft für Präzision.